Musik Der Oretsee, der älteste See Europas, zwei Millionen Jahre alt. Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, die es nur hier gibt. Die Menschen hier leben von der Fischerei, von der Landwirtschaft und dem Tourismus. Zentrum ist die Stadt Oret am Nordostufer des Sees. Musik Ich hab sie, die Perle vom Oretsee. Leider nur vom Oretsee und nicht aus dem Oretsee, denn der See selbst hat keine Perlen. Die hier hab ich mir unten zurechtgelegt. Und trotzdem behaupten die Leute hier, diese Perle verdankt ihren Glanz diesem See. Wie das kommt, wollen wir rauskriegen in dieser Sendung. Herzlich willkommen zum Hanseblick aus Mazedonien vom Oretsee. Man fühlt sich ein bisschen fast wie am Mittelmeer. Und die Mazedonier nennen den Oretsee auch das mazedonische Meer. Ein wunderschöner Ort, an dem es viel zu entdecken gibt. An Land und vor allem unter Wasser. Die Entdeckungsreise führt mich rund 2000 Kilometer von zu Hause entfernt in den Südosten Europas. Hier am Ufer des Oretsees, in der sogenannten Knochenbucht, gleich neben einer jahrtausendealten Pfahlbautensiedlung, beginnt für mich die Spurensuche nach den begehrten Schmuckstücken. Die schöne, geheimnisvolle Oretperle. Sie wächst nicht hier im See, so viel wissen wir schon. Aber irgendetwas hat sie mit diesem See zu tun. Und was genau dieser Frage wollen wir auf den Grund gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir tauchen ab auf den Grund des Oretsees. Das Tauchen ist eigentlich das Schönste, was man hier machen kann, in diesem wunderschönen, klaren Gewässer. Und dazu habe ich mir einen Tauchpartner gesucht. Jovan. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Du bist hier aufgewachsen, kennst den See. Was ist das Geheimnis dieser Perle? Es gibt einen Fisch, der für den Glanz dieser Perlen verantwortlich ist. Und das ist der Plaschitsa-Fisch. Sehen wir den heute? Ich bin nicht ganz sicher, aber wir versuchen es. Aber der Fisch ist ja nicht die einzige Attraktion hier im See, oder? Das stimmt. Der See ist mehr als zwei Millionen Jahre alt und hat so manche Geheimnisse zu bieten. Jovan hat gemeinsam mit seinem Vater eine Tauchschule, direkt neben der Siedlung aus der Aktion. Es ist ein perfekter Ort zum Tauchen, denn das Wasser ist klar und warm, heute etwa 20 Grad. Wir beginnen gleich hier und tauchen dann in einen Tunnel unter den Pfahlbauten durch. Ich schlage vor, dass wir auch die Unterwasserlampe mitnehmen. Ich bin nur ein Gelegenheitstaucher, mach das vielleicht ein- bis zweimal im Jahr. Meinen Schein hab ich vor 20 Jahren gemacht. Jovan zeigt mir nun den Weg unter den Pfahlbauten hindurch. Sein Vater Milutin entdeckte hier 1997 etwa 6000 Pfahlreste einer prähistorischen Siedlung, die dann in mehrjähriger Arbeit rekonstruiert wurde. Jetzt tummeln sich hier tausende kleine Fische. Ist vielleicht auch unser geheimnisvoller Plaschitzerfisch dabei? Dann deutet Jovan auf einen Gegenstand am Boden des Sees. Es ist ein Tierknochen. Und wir entdecken noch mehr. Überall liegen Gegenstände, Reste von Keramikgefäßen und immer wieder Knochen. In diesem Bereich hier zeigt mir, Jovan hat sein Vater damals die Pfahlreste entdeckt. Wahrscheinlich war es der Grundriss einer alten Hütte. Und hier ein uraltes Gefäß, übersät mit Muscheln. Nach etwa einer Stunde schwimmen wir zurück zur Tauchbasis. War das Gefäß da unten aus Keramik? Ja. Und wie alt war das? Mehr als 3000 Jahre. Und das hast du einfach so in die Hand genommen? Ja, da bin ich sehr vorsichtig, denn die sind sehr zerbrechlich. Und war es auch der Plaschitzerfisch, den wir gesehen haben? Ja, das war er. Daraus werden die Perlen gemacht. Aber der ist nicht sehr groß, ne? Das stimmt, die Fische werden nur etwa 20 Zentimeter groß und sie treten immer in großen Schwärmen auf. Ganz selten sieht man mal einen alleine. Auch Fischer Petko ist einem Schwarmfisch auf der Spur, der Belvica-Forelle. Auch sie gibt es nur hier im Oritsee. Und da macht sie sich ziemlich rar. Nur ein paar Dutzend Fischer dürfen den Edelfisch überhaupt noch fangen. Petko fährt seit 30 Jahren raus. Abends kommt das 150 Meter lange Stellennetz ins Wasser und früh am Morgen holt er es wieder ein. Das Wetter kann schnell umschlagen, stürmisch und gefährlich werden. Aber dann fahren wir eben nicht raus. Wir respektieren die Natur, den See. Du kannst dich nicht gegen ihn wenden. Früher nicht und auch heute nicht. Es ist kein guter Tag, nur ein paar kleine Belvica-Forellen. Ich liebe meine Arbeit trotzdem. Das Wasser des Sees ist so klar und so sauber, es kann sogar heilen. Wenn ich mir beim Netze einholen die Finger aufreiße, dann ist alles am nächsten Tag verheilt. Das hier ist ein Klen, ein echter Leckerbissen. Besonders der Kopf, den mache ich mir zum Mittag. Seine Forellen landen direkt in den Feinschmecker-Restaurants von Orit. Der Bedarf ist allerdings viel größer als das Angebot. Petko ist ein Stellnetzfischer vom alten Schlag. Manche Kollegen sind eher Angler als Fischer. Zwei Boote, 20 Plastikflaschen und 60 Blinker. Unter jeder Plastikflasche hängen mehrere Blinker übereinander in bis zu 40 Metern Tiefe. So ist die Chance auf Forellen am größten. Denn man weiß nie genau, in welchen Wassertiefen die Belvica-Forelle gerade auf Beutezug ist. Die Blinkerfischer Naji und Kiyahi haben heute auch kein Glück. Und das, obwohl von 2003 bis 2012 ein totales Fischfangverbot im See galt. Tja, fast nichts gefangen. Schau mal, nur zwei Belvica. Von den damals 300 Fischerfamilien sind gerade mal ein Dutzend übrig geblieben. Nach dem Ausflug mit den Oritfischern will ich mir nun die Stadt Orit mal etwas genauer anschauen. Vielleicht komme ich ja hier dem Geheimnis der Oritperlen etwas näher. Der See, das ist die eine Schönheit von Orit. Aber die Stadt selbst hat auch viele Sehenswürdigkeiten. Die gehört nicht umsonst seit vielen Jahrzehnten zum Weltkulturerbe. Und während man in anderen Städten einfach in ein Taxi steigt, um die Stadt kennenzulernen, mietet man sich hier einen Käpt'n samt Boden. Unser Käpt'n heute ist Mitko. Mitko Muschek. Dobar dan. Dobar dan. Mitko hat einige Jahre in Deutschland gearbeitet. Jetzt ist er einer von etwa 50 Wassertaxifahrern in Orit. Was ist das Schönste am See? Die Luft ist hier schön. Und man sagt hier, wenn sie auf dem See sind, da ist eine ruhige Seele. Eine ruhige Seele auf dem See. Orit ist Weltkulturerbe. Warum? Was macht die Stadt so besonders? Ja, die Stadt ist sehr, sehr alt. Wie ich weiß, hier, wo es Stadt gegründet ist, ist ungefähr 4.500 Jahre alt. Aber vorher, man behauptet, es ist an einem anderen Platz angefangen, vor 7.000 Jahren. Orit soll ganz viele Kirchen haben, stimmt das? Ja, das stimmt. Wie viel? Von Hafen hier bis zu Heiliger Johannes. Nun, diese Teile sind 8 oder 9. Ingesamt in der Stadt sind 17. 17 Kirchen? Ja, aber rundherum um die See, Struga, Orit, zur anderen Seite, zur Heiligen Nau, sind 365 Kirchen. Für jeden Tag eine Kirche? Ja, Entschuldigung, 366. Wir haben noch eine schöne katholische Kirche hier jetzt, seit 20 Jahren. Sind Sie auch religiös? Gehen Sie in die Kirche? Ja, ich bin orthodox und glaube. Aber wir haben in der Familie auch Katholiken. Und Ihre Familie lebt schon lange hier in Orit? Ja, ungefähr über 700 Jahre. Oh, das ist lang. Es gibt ältere Familien als meine. Ja, ich zeige Ihnen etwas von meiner Stadt. Okay, okay, das geht. So viele Kirchen. Welche ist das jetzt hier, Mietko? Das ist Heilige Sophia, katholische Kirche. Von Anfang 10. oder Mitte, äh, älster Jahr oder so ungefähr. Die berühmteste haben wir gesehen. Jetzt geht's zur schönsten Kirche. Kein Stadtrundgang ohne Sankt Johannes. Kommen denn viele Touristen hierher? Von ganzer Welt. Ja? Japaner auch? Japaner auch. Von Südkorea, von Taiwan und von Indonesien, von überall kommen hier. Wenn Sie vergleichen, früher in Ihrer Kindheit, da war das ja wahrscheinlich ganz ruhig hier. Und heute ist es ziemlich belebt, die vielen Touristen. Ja, das ist normal. Die Welt geht weiter. Und Ochrit von Jahr zu Jahr ist immer mehr bekannt in der Welt. Und darum kommen viele Leute hier. Die Natur hier. Gebirge, See. Man sieht's so aus der Saison. So wie jetzt. In ruhiger Zeit. Man fühlt sich so mit voller Seele. Einfach frei. Und zu Hause. Ja, und zu Hause, kann man sagen. Okay. Vielen Dank, Mitko. Jetzt eine Frage noch zum Schluss. Wie hieß die Familie, die die echten Perlen herstellt? Zu denen will ich noch mal gehen. Oh. Tali? Die sind zwei Familien. Ja, die eine Tali? Taliwi und Familie Filewi. Okay. Da werde ich jetzt hingehen. Da werde ich hingehen und die nach der echten... Ich empfehle Ihnen da hinzugehen und kann Sie schauen, unsere Perle. Okay. Mitko, vielen Dank. Ja, alles Gute. In den kleinen verwinkelten Gassen von Ochrit gibt es rund 40 Geschäfte, die Perlen anbieten. Aber nicht alle sind echt. Also ehrlich gesagt, ich sehe den Unterschied nicht zwischen den echten und den unechten Perlen. Aber die Leute sagen ja hier, das meiste ist chinesische Massenware. Und wie Mitko, unser Bootsfahrer, gesagt hat, gibt es nur zwei Familien in Ochrit, die noch wirklich echte Perlen herstellen. Eine davon sollen die Talifs sein. Steht sogar hier seit 1924 immer nach dem gleichen Rezept. Vielleicht verraten Sie uns ja etwas. Dobbel, da? Dobbel, da. Sie müssen Clement Talif sein. Nice to meet you. Hello. Hi. Hello. Bravo. Und Sie produzieren diese echten Ochritperlen. Sind Sie das hier? Wie kann man denn den Unterschied erkennen zwischen den echten Perlen und den unechten von nebenan? Tja, die Herstellung der Perlen ist sehr kompliziert und ganz anders als bei Schmuck oder Juwelen. Die Ochritperle ist ein Naturprodukt. Der Kern besteht aus Perlmutt, von Muscheln, aus dem Roten Meer und aus Fernost. Und dann werden die Perlen mit einer ganz speziellen Emulsion überzogen. So wird aus einer einfachen Perle eine Ochritperle. Es ist die silberne Farbe der Schuppen des Plaschica-Fisches, die wir für die Emulsion benutzen. Unser Präsident Trajkowski hat der Königin von England eine Kette geschenkt. Und Präsident Gligorow, Lady Diana. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Dieses Geheimnis mit der Emulsion, das wird ja nicht verraten. Aber könnten wir trotzdem mal zusehen, wie Sie das herstellen, wie die Produktion bei Ihnen passiert, zu Hause? Produkcia? Können wir mal schauen? Da, da. Naja, gut. Sie haben die Ehre, meine Werkstatt zu sehen. Das darf wirklich nicht jeder. Die Perlen werden nur in meinem Haus hergestellt. Zu Hause. Die unscheinbare Perlenwerkstatt ist gleich um die Ecke. Das ist dein Haus? Dein Haus? Ja, das ist meine Kugel. Und das ist mein Vater, das war 1938 Jahre alt. Jede Kugel muss siebenmal angepinselt werden. Der verantwortungsvolle Job der Schwiegertochter. Können wir mal kurz stören? Wie heißen Sie? Nice to meet you. You are? Isabella. Isabella. Und Sie pinseln nun diese Emulsion auf die Perlen, ja? Yes. Die sehen ja an sich schon ganz hübsch aus, aber sie kriegen den richtigen Schliff erst, wenn die Emulsion draufkommt. Das ist die Emulsion, ja? Das riecht ein bisschen wie Farbe, ne? Also die Farbe der Schuppen vom Plagica-Fisch sind hier drin. Da. Aber welche Mixtur habt ihr? Das Rezept? Oh, das Rezept ist streng geheim. Ein altes Familienrezept, das nur die Söhne kennen. Das ist das eigentliche Geheimnis, die Zusammensetzung der Emulsion. Und was kostet so ein Liter? Wie viel? Verräterlich. So viel wie ein Mercedes. Ein Mercedes oder ein Liter? Tement. Thank you very much. Das war sehr interessant. Isabella. Good luck. Auch wenn du das Geheimnis nicht kennst, die Perlen sind sehr schön. Thank you. Good luck too. Weniger geheimnisvoll als die Perlen sind die Gründer von Ored, die alten Griechen. Nach der Antike kamen slawische Stämme. Das hier sind Kyrill und Method, zwei orthodoxe Mönche, die hier das kyrillische Alphabet entwickelt haben. Jahrhundertelang sind in Ored verschiedene Religionen immer gut miteinander ausgekommen. Selbst als Jugoslawien zerfiel, blieb es hier friedlich. Nur die Urlauber aus Westeuropa blieben für ein paar Jahre weg. Aber inzwischen hat es sich längst herumgesprochen, dass Ored mehr ist als Tauchen und Angeln. Mitten in der Altstadt. Hier wird beispielsweise Papier handgeschöpft nach der Wespennestmethode. Auf die winzig kleinen Holzfasern kommt es dabei an. Mit dem Schöpfen und Trocknen verbinden sie sich zu Papier, ohne Klebstoff oder Chemie, eben wie Wespennester. Schon mein Vater hat Papier geschöpft. Ich führe die Tradition in meiner Werkstatt fort. Wir stellen Bücher so her, wie sie schon im 16. Jahrhundert am Oredsee hergestellt wurden, im Kloster Zampnaum. Und jetzt wechselt Lyubko Panewski ins stilechte Johann-Guttenberg-Kostüm. Der hat schließlich die Buchdruckkunst erfunden. Und hier steht ein originaler Nachbau der guttenbergschen Druckmaschine. Alles ist wie früher. Fast alles. Die Druckerschwärze, die bleierne Druckplatte und die Tricks des Meisters. Man kann alle möglichen Naturmaterialien benutzen. Teeblätter, Kräuter, Blumensamen. Es gibt zwei Methoden. Entweder man arbeitet das Material direkt in das Papier ein, oder man kann es auch danach aufbringen. Sein grob strukturiertes Papier mögen die Touristen aus dem Westen besonders gern und natürlich die in Leder gebundenen Notizbücher. Mazedonier hingegen kaufen lieber Nachdrucke der orthodoxen Bibel in kyrillischer Schrift. Es ist schon etwas ganz Besonderes, dieses Papier in den Händen zu halten. Nicht nur, weil ich es selbst herstelle, sondern auch, weil es Mazedoniens Geschichte enthält. Ein Stück Mazedoniens Seele verkörpert. Dieses Papier erzählt die Geschichte des Mönches Kyrill, der von hier stammt, und des von ihm erfundenen kyrillischen Alphabetes. Eine Gasse weiter befindet sich die Galerie und Werkstatt von Marta Pejoska. Die Silberschmiedin hat gerade erst im Frühjahr ihr Atelier eröffnet. Das erste seiner Art in Ored. Ausgangsmaterial, dünner Silberdraht und Metallperlen. Dies hier ist eine Auftragsarbeit für eine Hochzeit. Ohrringe für die Braut. Ich arbeite mit der Filigran-Technik. Die gibt es schon seit 4000 Jahren. Ich mache ganz traditionelle Stücke, aber auch zeitgenössisches Design. Was mir wichtig ist, jeder soll sofort erkennen, schau an, diesen Schmuck hat Marta Pejoska gemacht. Seit zehn Jahren arbeitet sie als Schmuckdesignerin. Mittlerweile kommen selbst aus den USA Bestellungen. Natürlich könnte ich auch in eine größere Stadt ziehen und dort eine Galerie eröffnen. Aber ich fühle mich ganz stark mit meiner Heimatstadt verbunden. Ich bin glücklich, hier groß geworden zu sein. Meine Eltern sind Maler und Architekten. Ich bin in einem künstlerischen Ambiente aufgewachsen. Und schon als Kinder waren wir auf dem See unterwegs. Ich lebe gern in Ored. Etwas weiter oben lebt Dimitar Apostolov, abseits des Trubels der Innenstadt. Es ist der richtige Ort für eine Arbeit, die viel Geduld verlangt. Holzschnitzen. Eine orthodoxe Orita-Kirchgemeinde hat eine Ikonostase bestellt. Dimitar verwendet ausschließlich Walnussholz. Es muss von hier stammen und mindestens zehn Jahre in einem trockenen Raum gelagert werden. Ich mache das schon seit 20 Jahren. Angefangen hat alles an dieser Werkbank. Als Kind habe ich hier zusammen mit meinem Großvater gesessen. Er war ein ganz berühmter Holzschnitzer. Er hat mir dieses faszinierende Handwerk beigebracht. Sogar Titos Bibliothek stammt aus den Händen seines Großvaters. Der Marschall und Staatsgründer Jugoslawiens hatte Dimitars Großvater einst bei einem Besuch in Ored kennengelernt. Großvater Janko ist im letzten Jahr gestorben. Mein Großvater war ein ganz friedlicher, ausgeglichener Typ. Sehr still, sehr in sich gekehrt. Wenn er an etwas gearbeitet hat, dann konnte ihn nichts stören. Vielleicht ist er auch deshalb 95 Jahre alt geworden. In der Wohnung erinnert das ganze Mobiliar an seinen berühmten Großvater. Es ist Abend geworden am Oredsee und die halbe Stadt ist auf den Beinen. Selbst in der Woche geht vor Mitternacht hier kaum einer ins Bett. Musik 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 Am nächsten Morgen, mein zweiter Tauchgang steht bevor. Diesmal will mir Tauchlehrer Jovan etwas ganz Seltenes zeigen, das es nur hier im Oritsee gibt. Wir wollen heute den Orit-Schwamm suchen. Dabei werden wir verschiedene Temperaturschichten durchtauchen. Die erste wird etwa bei 15 Metern sein. Hier wird es deutlich kälter. Je weiter wir dann nach unten gehen, desto mehr sinkt die Temperatur. In 35 Metern Tiefe haben wir etwa 8 bis 9 Grad. Diesmal tauchen wir zu viert, haben zwei Tauchschüler aus Holland und Australien dabei. Für mich ist es eine völlig neue Taucherfahrung. Noch nie vorher war ich in 40 Metern Tiefe. Man sieht erstaunlich viel, weil der Oritsee nährstoffarm ist und deshalb wenig Schwebstoffe hat, erklärt mir Jovan. Trotzdem hat er seine Spezialkamera mit Scheinwerfer dabei. Der Boden ist übersät von kleinen Muscheln. Pflanzen wachsen hier nicht mehr. Dann plötzlich Aufregung. Jovan hat ihn entdeckt. Den seltenen Süßwasserschwamm. Der See hat eines seiner Geheimnisse preisgegeben. Doch lange können wir uns in dieser Tiefe nicht aufhalten. Vielleicht 10 Minuten, sonst wird der Stickstoffgehalt im Blut zu hoch. Und außerdem ist uns ziemlich kalt. Ganz allmählich geht es zurück ins flache Wasser. Wir schwimmen vorbei an Wasserpflanzen und da begegnen wir ihm wieder. Dem berühmten Perlenfisch Plaschica. Nun will ich dem Geheimnis dieser Funkelfische noch etwas näher kommen und habe mir, wie die Einheimischen, Rute und Rolle geschnappt. Also im Wasser haben wir den Plaschica-Fisch jetzt schon gesehen. Aber da uns keiner so richtig in das Geheimnis einweihen will, möchte ich doch jetzt zu gern mal einen Plaschica-Fisch aus der Nähe sehen und mir diese Schuppen anschauen. Deshalb Angel und Würmer und ein bisschen Brot besorgt im Laden und eine Erlaubnis gibt es auch dazu. Hier ist die beste Stelle offensichtlich. Früh am Morgen stehen viele Angler und ich versuche jetzt auch mein Glück. Klein aber mein. Mein erster Fisch. Aber ob das jetzt ein Plaschica ist? Excuse me. Was ist das? Plaschica? Plaschica-Fisch? Nee. Nee? Nee, aber klein. Klein? Ah. Kein Plaschica, aber schimmert auch ganz schön. Müssen wir noch mal probieren. Wo kann man denn Plaschica fangen? Wie geht denn? Plaschica? Where? Plaschica nicht? Nee? Nee. Nee, mal. Also alle möglichen Fische kann man hier fangen, bloß nicht Plaschica. Also der Fisch scheint irgendwie zu wissen, dass er irgendwie ein Geheimnis birgt und macht sich selbst beim Angeln rar. Große rote Punkte, das ist ihr Markenzeichen, die Orid-Forelle. Auch sie ist ziemlich begehrt hier am Orid-See. Gerade werden ein paar tausend sogenannte Fingerlinge verladen. Frischer Sauerstoff, damit die wertvollen Tiere nicht ersticken. Soran Spierkowski, der Forellenpapst, passt genau auf. Mit dem Forschungsschiff des Hydrobiologischen Instituts Orid geht es hinaus auf den See. Aber nicht irgendwo hin. Die Biologen steuern auf eine bestimmte Stelle zu. Hier ist die Kinderstube der Forellen. Wir wollen den Nachwuchs genau dort wieder aufsetzen, wo wir ihre Eltern mal gefangen haben. Vorher noch eine Wasserprobe aus 160 Metern Tiefe. In jedem anderen See wäre dieses Wasser extrem kalt, sauerstoffarm und schwer genießbar. Ganz anders hier. Sehr frisch. Schmeckt gut. Dusitscha Illitsch ist ebenfalls Forellenexpertin. Ein Forscherleben für die Orid-Forelle. Im Herbst ist der See voller Plankton, dann gibt es Nahrung in Hülle und Fülle. Ein perfekter Ort und eine perfekte Zeit, um die kleinen Forellen jetzt in den See zu setzen. Drei Millionen Forellenbabys. Nun geht's ins große Haus, ins offene Wasser. Die Fingerlinge sind in hervorragender Form. Sie sind glückliche Fische. Dann sind wir Wissenschaftler auch glücklich. Und natürlich die Leute, die die Forellen in ein paar Jahren mal essen werden. Wenn sie vorher nicht Schwarzfischern zum Opfer fallen. Ohne das Hydrobiologische Institut wären die Forellen im Orid-See wohl längst ausgestorben. Schon seit Institutsgründung 1935 gibt es das Zuchtprogramm. Ganz wichtig dabei, frisches Quellwasser. Neun Monate lang werden die Jungfische in einem Spezialbecken bei Dämmerlicht aufgezogen. Regelmäßig untersucht man die kleinen Forellen auf Krankheiten und Parasiten. Die Tiere sind anspruchsvoll. Ohne sauberes Becken, hochwertiges Futter und frisches Wasser. Kein Zuchterfolg. Versuche, die Orid-Forelle in andere Seen auf dem Balkan auszuwildern, scheiterten. Sie haben sich eben in den letzten zwei Millionen Jahren an die besonderen Bedingungen des Orid-Sees angepasst. In diesem Betonbecken befindet sich unsere Kontrollgruppe. Forellen also, die nicht in den See gelassen werden. Diese Fische werden unter genau definierten Bedingungen gehalten. Wir vergleichen dann fortlaufend, wie es beiden Populationen geht. Außerdem sind die Forellen auch ein gutes Anschauungsobjekt. Hier können die Leute erfahren, egal ob jung oder alt, wie wichtig die Orid-Forelle für die Region ist. Die Naturschätze des Sees zu bewahren, das ist eine lebenslange Aufgabe. Die beschäftigt uns, jede Minute, jeden Tag. Seit kurzem überleben die empfindlichen Fische auch in Teichen in der Nähe von Orid. Sie gedeihen und wachsen dort. Der Lohn für jahrelange Forschungsarbeit. Zum Anfang waren die Leute skeptisch. Forellen aus einem Teich? Sie kannten ja nur Forellen aus dem See. Aber mittlerweile können die Betreiber der Teiche gar nicht so viel Forellen aufziehen, wie sie verkaufen könnten. Ein guter Anfang für die Aquakultur der Orid-Forelle. Die Chancen für den Fisch auf dem Teller und im See stehen also nicht schlecht. Und fast so elegant wie die Orid-Forelle bewegt auch er sich durchs Wasser. Schwimmer gibt es viele hier im Orid-See, aber nur einen so wie ihn. Die Sportfans unter Ihnen werden ihn gleich erkennen. Das ist der Schwimmkönig von Mazedonien, Alexander Malenko. Ja, die guten Jahre sind schon ein bisschen vorbei. Hallo, toll, dass ich dich treffe. Sie sind Europameister, Weltmeister. Sie waren bei den Olympischen Spielen dabei. Dreimal. Wie wichtig war der Orid-See für Ihre Schwimmkarriere? Tja, unheimlich wichtig. Ich bin hier geboren, habe hier schwimmen gelernt. Ich bin hier Marathons geschwommen. 30 Kilometer von St. Naum nach Ochet. Das Rennen gehört zur Grand Prix-Serie, eines der wichtigsten Rennen weltweit. Tja, das war 1993. Ich war damals 14,5 Jahre alt, der jüngste Schwimmer weltweit, der diese Strecke geschwommen ist. Jetzt haben Sie Ihre Karriere beendet. Schwimmen Sie immer noch gern im Orid-See? Ja, klar, ich gehe immer noch regelmäßig schwimmen, von Mai bis Oktober. Das Schöne ist, das Wasser ist nicht salzig und sehr klar. Außerdem habe ich vier Kinder, mit denen ich schwimmen gehe. Im Sommer duschen wir nicht zu Hause, wir springen einfach in den See. Und sagen Sie mal, wären Sie bereit für einen kleinen Wettkampf? Ich wollte schon immer mal von einem Weltmeister geschlagen werden. Du willst mich schlagen oder soll ich dich schlagen? Nur 50 Meter bis darüber, bis zu dieser Treppe. Malenko, links, knapp in Führung und ich eine Körperlänge hinter der Schwimmlegende. Zweiter hinter dem Weltmeister. Or second after the World Champion. Der letzte Tag meiner Reise. Am südlichen Ufer des Orid-Sees, ganz dicht an der albanischen Grenze. Es ist eine Landschaft wie im Märchen, mit seltenen Tier- und Pflanzenarten. Und wieder bin ich einem Phänomen auf der Spur. Unter Wasserquellen. Wir haben ja schon immer gestaunt über das klare Wasser des Orid-Sees. Aber das hier übertrifft wirklich alles. Das ist einer der Zuflüsse für den Orid-See, der da hinten ist. Das ist die schwarze Drimm. Sichtweiten von 60 bis 80 Meter, hat mir Johann versprochen. Und wir werden das jetzt gemeinsam überprüfen. Wir gehen runter ins Quellwasser des Orid-Sees. Die Wassertemperatur hier liegt das ganze Jahr über konstant bei etwa 10 Grad. Wir haben uns einen dicken Neoprenanzug und Handschuhe angezogen. Glas, klares Quellwasser überall. Noch nie bin ich bei derart guten Sichtverhältnissen getaucht. Es ist eine Traumwelt. Man fühlt sich wie in einem bunten Glaskasten. Alles aber streng geschützt. Wir dürfen hier nur mit einer besonderen Genehmigung tauchen. Alles, was ins Wasser fällt, bleibt dort liegen. Die Natur wird sich selbst überlassen. Ich habe wieder meine kleine Kamera mit dabei. Schließlich sind wir noch immer auf der Suche nach diesen ominösen Unterwasserquellen der schwarzen Drimm. Die Natur wird sich selbst überlassen. Die Quellen der schwarzen Drimm. Sprudelnder, heller, weißer Sand. Das Wasser hat sich unterirdisch seinen Weg gebahnt und kommt hier in zahllosen Quellen wieder hoch. Dies ist quasi die Geburtsstätte des Orydsees. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist vielleicht der schönste Tauchgang, den ich je gemacht habe. Wer das Glück hat, hier zu tauchen, der möchte am liebsten gar nicht mehr an die Oberfläche. Aber irgendwann muss man ja, es ist ja kalt. Beim Tauchen ist er mir immer weggeschwommen. Beim Angeln habe ich ihn auch nicht an den Haken bekommen. Aber jetzt habe ich ihn, den Plaschica-Fisch. Nachdem wir so lange gesucht haben, sieht eigentlich ein bisschen unscheinbar aus. War auch gar nicht so schwer, denn fast jedes Restaurant hier in Oryd verkauft Plaschica. Man kann die nämlich auch essen. Die hier kommen auch gleich in die Pfanne. Vorher sollen sie ruhig noch ein bisschen funkeln für uns mit ihren Schuppen, die ja, wie wir gelernt haben, der Orydperle ihren Glanz verleihen. Und damit haben wir, glaube ich, zumindest teilweise das Geheimnis vom Orydsee gelüftet. Das war der Hanseblick aus Mazedonien. Machen Sie es gut. Tschüss.